Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von HiFi Schmitz. Dieses Mal möchte ich Ihnen gerne die Formation-Serie von Bose & Wilkins vorstellen. Neben mir haben wir schon einige Produkte aufgebaut und die Funktionsweise und dafür, wo diese Geräte bestimmt sind, möchte ich Ihnen in diesem Video etwas näher bringen. Kommen wir zum Herzstück der Formation-Serie. Das Pärchen Duo nennt es sich. Es ist ein Aktiv-Lautsprecher im Stereo-Paar natürlich mit einem wirklich schönen Lautsprecher-Ständer. Was wir hier haben an Besonderheiten, es ist viel aus der HiFi High-End-Serie 800er in diese Serie übergeflossen. Das heißt, wir haben zum einen einen Tiefmitteltöner, der aus dem Kontinuum-Membran besteht. Da haben wir in den anderen Videos schon wirklich viel dazu erzählt. Auch diese Tweeter-On-Top-Technologie, das heißt die Nautilus-Röhre hier oben drauf, ist mit versehen worden. Das Ganze hat keinen Diamantenhochtöner, aber dafür einen Carbonhochtöner. Es ist unglaublich spielfreudig. Die digitale Endstufe da drin bringt also den Lautsprecher richtig nach vorne. Es klingt nicht analytisch, sondern B&W-typisch, richtig schön, angenehm, warm, musikalisch. Passt also eigentlich für jeden Musikgeschmack. Am Lautsprecher selbst haben wir hier unten noch eine kurze Nahfeldbedienoberfläche. Das heißt, wir haben einmal den Formation-Knopf. Damit kann ich das bei der ersten Installation in die einzelne Zone mit einbinden. Ich kann aber über diesen auch meine Musik aus anderen Zonen hier abspielen bzw. die wieder rausnehmen. Diesen Knopf findet man auch bei allen anderen Formation-Produkten. Dann haben wir hier noch eine Start-Stop-Pause und Vorsprung bzw. Vorlauf und das Ganze noch rückwärts. Das heißt, wenn ich jetzt nicht unbedingt die App nutzen möchte, welche auch immer, sondern ich stehe vor dem Lautsprecher und möchte da bedienen, ist das auch damit möglich. Hier neben mir steht die Wedge. Gibt es in schwarz und weiß, passend dazu natürlich der entsprechende Standfuß. Wedge ist ein All-in-One-System. Das heißt, wir haben einen Aktiv-Lautsprecher, den ich komplett, so wie es ist, als weitere Zone zum Beispiel definiert einsetzen kann. Das Ganze besticht durch eine 120-Grad-Akustik. Das heißt, die Lautsprecher da drin sind auf eine 120-Grad-Achse aufgesetzt. Dementsprechend bekomme ich eine sehr schöne Räumlichkeit. Was zu erwähnen ist, ist der Hochtöner. Den finden wir auch in der neuen 600er-Serie. Und zwar ist das der Doppelkalottenhochtöner. Der ist komplett hier auch in der Wedge verbaut. Dementsprechend haben wir tatsächlich eine sehr schöne Darstellung, gerade auch Auflösung im Mitten- und Hochton-Bereich. Dieser Baustein nennt sich Audio und ist eigentlich eine ganz interessante Komponente, weil hiermit schaffen wir die Möglichkeit oder die Brücke, unsere alte bestehende Hi-Fi-Anlage, sprich Verstärker, CD-Spieler etc., in das Formation-System mit einzubinden. Andersherum kann ich aber auch über die Audio-Eingänge, da gibt es analoge und digitale, das Gerät dafür nutzen, um einen analogen Ton in das Formation-System hineinzugeben. Sprich, wir haben noch einen alten Plattenspieler oder möchten doch mal CDs auflegen. Diese Komponenten kann ich hier dran anschließen und das Ganze ermöglicht mir dann, dass ich das in dieser bzw. auch in jeder anderen Zone des Formation-Systems diese Audio-Dateien wiedergeben kann. Wichtig zu sagen ist, das finde ich ganz spannend, dass wir, wenn wir einen analogen Ton einspeisen, diesen trotzdem synchron in allen Räumen gleichzeitig oder in den ausgewählten Räumen wiedergeben können. Das heißt, diese Asynchronität ist nicht gegeben, der Delay findet nicht statt, sondern das ganze System synchronisiert untereinander. Wichtig auch dazu, das gilt nicht nur für diesen Baustein, sondern komplett für alle anderen auch, das System kann 24 Bit 96 Kilohertz unterstützen. Das heißt, doppelte Auflösung der CD. Damit habe ich auch die Möglichkeit, Hi-Res-Daten in meinem System zu verwerten. Eine Komponente darf natürlich in einem aktiven Wireless-System nicht fehlen. Das ist der Subwoofer, den habe ich hier auf meinem Schoß. Es ist wirklich ein Bolide, also er ist nicht gerade leicht, dementsprechend auch wirklich leistungsfähig. Er funktioniert im Doppeldreiber-Verfahren. Das heißt, wir haben links und rechts einen Treiber, der DSP-gesteuert, sämtliche Verzerrungen auch rausregelt. Das Schöne ist, ich kann ihn zu jedem beliebigen Formation-Produkt dazu bundeln. Das heißt, in der App gibt es einfach die Einstellung, wohin ich den Sub letztlich haben möchte. Ich kann ihn auch relativ schnell wieder lösen und eine andere Komponente zuordnen. So ist das Ganze flexibel aufgebaut und ergänzt einfach den Tiefton-Bereich in dem jeweiligen Raum. Last but not least haben wir hier das zunächst letzte Produkt aus der Formation-Serie, die Soundbar. Sie ist wirklich mächtig, ist relativ groß, kann dafür aber auch wirklich viel. Das heißt, wir haben hier drin neun dedizierte Chassis, die explizit für die Soundbar entwickelt wurden von Bowers & Wilkins. Und was ich ganz wichtig finde, das ist ja immer auch ein Grund, warum man die Fernsehlautsprecher quasi mit einer Soundbar aufpimpt, das ist der Centerton, Sprachverständlichkeit etc. Das ist das, wo es dran hapert. Und hier haben wir explizit ein eigenes Chassis, was nur Sprachverständlichkeit, nur Centerton wiedergibt. Also von daher ein ganz interessantes Produkt, auch für sich alleine genommen, ohne das Gesamtsystem zu nehmen, um einfach eine bessere Sprachverständlichkeit und natürlich auch Raumklang vom Fernseher aus wiedergeben zu können. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die technischen Details des B&W Formation-Systems eingehen. B&W setzt hier auf ein sogenanntes Mesh-Netzwerk für die Kommunikation. Das bedeutet, jede einzelne Komponente ist Empfänger als auch gleichzeitig Repeater für das Formation-eigene WLAN-Netzwerk. Das hat den großen Vorteil, dass es deutlich stabiler und ausfallsicherer ist als ein klassisches Netzwerk, was nur von einem Router, der irgendwo in der Zentrale hinterlegt ist, aufgebaut wird. Ganz wichtig zum Zeitpunkt des Videodrehs, jetzt haben wir eine Unterstützung des Airplay 2-Protokolles. Das heißt, mit Airplay iOS-Geräten habe ich die Möglichkeit, Multiroom aufzubauen. Dann unterstützt das System Bluetooth und hat eine Rune-Zertifizierung. Das heißt, wenn ich einen Rune-Server habe, kann ich das als Audio-Endpoint dann auch ansprechen. Viel interessanter, was jetzt kommt, ist nämlich die Information, was das System in Zukunft noch unterstützen wird. Das heißt, natürlich werden alle relevanten Streaming-Dienste wie Tidal, GoBus, Deezer, Spotify etc. unterstützt. Internetradio mit TuneIn wird kommen. Und ganz interessant auch natürlich die Möglichkeit, ein kabelloses 5.1-Set aufzubauen. Da wird es noch weitere Informationen geben im Zuge dessen, dass möglicherweise noch andere kleinere Komponenten gelauncht werden, die dann im rückwärtigen Bereich ganz interessant zum Beispiel als aktive Surround-Lautsprecher eingebunden werden können. Also da ist B&W hochgradig innovativ und wir sprechen da jetzt nicht von irgendwelchen Monaten oder Jahren, wann das kommt, sondern es ist kurz vor der Vollendung. Das heißt, ich sage mal, irgendwann in den nächsten sechs bis acht Wochen werden wir hier schon über große Neuerungen in dem System reden können. Zum Schluss noch ein paar kleine Details aus dem Nähkästchen. Sämtliche Formation-Produkte haben ein eingebautes Mikrofon. Über diesen lassen sich zum späteren Zeitpunkt über die entsprechenden Sprachassistenzsysteme das gesamte System steuern. Natürlich kommt auch noch Smart Home-Integration hinzu. Das sind alle Sachen, an denen fleißig entwickelt wird und wir in absehbarem Zeitraum das Ganze auch in dem System wiederfinden. Schon sind wir wieder am Ende angekommen. Wie immer möchte ich Sie gerne einladen auf eine Tasse Kaffee, sich das ganze Formation-System hier mal bei uns live von den Farben anzuschauen und vor allem anzuhören. Gerade die Duo-Serie wird auch die audiophileren Zuhörer und Zuschauer interessieren. Es ist ein super Stereo-Lautsprecher, der gar nicht digital klingt und wirklich viel Spaß macht. Bis dann, hier in Koblenz. Wir freuen uns auf Sie.